Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich, also vor allen Dingen auch dich, darin zu unterstützen, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Und so die Fähigkeiten, die wir in uns tragen, die Potenziale auch auszunutzen und zu leben und das Leben zu gestalten, was du eigentlich leben möchtest und nicht das, was andere von dir erwarten. Wir sind diesen Monat in dem Themenmonat Schutzprogramm versus Bauchgefühl. Wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann hast du ja mitbekommen, dass es da manchmal eine Verwechslung gibt, dass wir denken, das ist mein Bauchgefühl, das sagt mir, das ist nichts mehr für mich oder das ist das Richtige für mich. Und wir verfallen da leider ganz häufig in Schutzprogramme, die uns jetzt gerade antreiben. Und ja, heute in der letzten Folge dieses Themenmonats geht es ein bisschen darum, was kannst du tun? Ich habe eine Methode rausgesucht, wie du so ein Schutzprogramm nochmal anders betrachten kannst, einen Teil davon auch neutralisieren kannst, umschreiben kannst und freue dich auf eine Mitmachfolge für dich, wo du direkt für dich Sachen ausprobieren kannst und erleben kannst, wie sich das Gefühl dazu verändert in dem Moment, wenn du diese Dinge dir mal anders vorstellst, anders betrachtest und anders auf dich wirken lässt. Ich bin total gespannt, wie dir die Folge gefällt. Schreib mir auf jeden Fall super gerne auch bei Instagram unter dem Post. Da können wir am besten im Austausch sein. Dann kriegt auch jeder deine Fragen mit oder auch deine Rückmeldung mit. Und ich finde es immer super gut, wenn wir gegenseitig voneinander profitieren und lernen. Und wenn du so zu den Menschen gehörst, die so denken, ah, das interessiert doch keinen und das kann ich ja nicht schreiben. Das ist wirklich Quatsch. Mach dir bewusst, wenn du das hast, dass es mindestens, mindestens, mindestens Tausende von Menschen gibt da draußen, denen es ähnlich geht und die vielleicht genau deinen Impuls brauchen gerade, deinen Impuls, der das unterstützt, dass sie eher für sich losgehen oder ein Aha-Erlebnis für sich haben oder irgendeine Erkenntnis, irgendwas mitnehmen für sich. Und ich mag das, wenn wir da gemeinsam in den Austausch kommen und würde mich freuen. Gerne kannst du die Folge natürlich weiterempfehlen. Und auch eine Fünf-Sterne-Bewertung würde mich mega, 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 mega mäßig freuen. So, nun wünsche ich dir heute ganz, ganz viel Spaß bei der Mitmach-Folge. Also probiere das auf jeden Fall aus. Also wenn du nicht gerade Auto fährst oder auf dem Fahrrad sitzt, hol die Folge auf jeden Fall nach, wenn du sie dir jetzt nur anhörst. Und mach die Übung auch mit. Das ist nämlich eine richtig, richtig coole Übung, die ich aus der systemischen Arbeit, aus dem NLP kenne und die man super nutzen kann, um Dinge zu neutralisieren, emotional erst mal runterzufahren. Und das ist ja das, was wir mit unseren Schutzprogrammen gerne machen möchten. Vor allen Dingen dann, wenn sie in den Momenten losschießen, wo wir sie eigentlich überhaupt gar nicht gebrauchen können und wo sie uns eigentlich mehr Steine in den Weg legen, als dass sie uns Schutz bieten. Und genau an diesen Stellen kannst du, ja, Veränderungen vornehmen. Also ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Und jetzt würde ich dich einladen, dass du dir einen bequemen Sitz suchst. Also wo du gut sitzen kannst für einen Moment. Ich rückele mich ja auch gerade nochmal zurecht. Ich mache die Schublade zu, vor der ich sitze, an meinem Schreibtisch. So, und jetzt machst du mal Folgendes. Wenn du dir einen bequemen Sitz ausgesucht hast, erlaub dir mal, deine Arme, deine Hände entspannt abzulegen, zum Beispiel auf deine Oberschenkel oder auf die Lehnen auf dem Stuhl oder auf der Couch, auf der du gerade sitzt oder liegst. Und dann erlaub dir mal, für einen Moment deine Augen zu schließen. Und nimm mal wahr, wie die Muskeln um deine Augen loslassen in dem Moment jetzt, wo du deine Augen geschlossen hast. Wie alle Muskeln mehr und mehr rund um die Augen sich entspannen und loslassen. Und wie du selbst diese Entspannung in den Augen stärker werden lassen kannst. Einfach indem du die Aufmerksamkeit darauf richtest und wahrnimmst, wie dein Körper wie von selbst die Entspannung mehr und mehr in deinem Gesicht ausbreitet. Erlaube dir, deine Stirn zu entspannen. Erlaube dir, deine Wangenknochen zu entspannen. Erlaube dir, deinen Kiefer zu entspannen. Erlaube dir, deine Kopfhaut zu entspannen. Vielleicht merkst du, dass dein Atem schon etwas tiefer geworden ist. Oder etwas ruhiger geworden ist. Vielleicht hörst du auch die Geräusche um dich herum. Und auch die Geräusche führen dazu, dass dein Körper mehr und mehr auf seine Art und Weise entspannen kann. Und mach dir bewusst, dass du gar nichts Besonderes machen musst, um deinen Körper entspannen zu lassen. Denn dein Körper weiß ganz von selbst, was er tun muss, um seine Muskeln mehr und mehr loszulassen und zu entspannen. Du darfst einfach nur beobachten, wie dein Körper das tut, wenn du zum Beispiel deinem Nacken erlaubst, jetzt mehr zu entspannen. Wenn du deinen Schultern erlaubst, tiefer zu entspannen. Deinem Rücken. Alle Muskeln im Rücken entspannen und loslassen, mehr und mehr, immer tiefer und tiefer, auf deine Art und Weise, die du nicht brauchst, um ganz sicher da zu sitzen oder zu liegen, wo du gerade bist. Nimm wahr, wie es sich anfühlt, wenn du jetzt dir erlauben würdest, deine Arme zu entspannen, deine Hände zu entspannen. Und wenn das angenehm ist, erlaub dir das noch mehr, für den Moment wahrzunehmen, dass es für deine Arme und deine Hände nichts im Außen zu tun gibt und sie sich etwas ausruhen dürfen. Und ebenso erlaube, deinem Bauch zu entspannen. Deiner Brust. Wenn du magst, kannst du Brust und Bauch miteinander verbinden. Wie fühlt es sich an, wenn dein Becken jetzt entspannt, deine Oberschenkel entspannen, deine Unterschenkel entspannen und erlaube dir auch, deine Füße zu entspannen. Und nimm wahr, wie dieses entspannte Gefühl sich durch den Körper bewegt und durch die Bewegung noch Entspannung sich mehr und mehr ausbreitet, die Entspannung größer wird, intensiver, angenehmer, besser. Und wie bewegt sich das Gefühl der Entspannung durch deinen Körper? Ist es vielleicht wie eine Welle oder wie ein Kreislauf, ein Fließen? Oder deine ganz eigene Art, wie sich Entspannung durch deinen Körper bewegt? Und nimm mal wahr, wie sich durch diese Bewegung alle Körperteile miteinander verbinden. Vom Kopf bis in den Fuß. Und vom Fuß bis in den Kopf. Sehr, sehr gut. Und nun erlaube es dir, einen Moment deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu richten. Lass ihn einfach ganz normal weiter fließen. So wie er in deinem Rhythmus kommt und geht. Nimm wahr, wie du gute Energie einatmest und beim Ausatmen noch mehr Entspannung sich ausbreitet. Gute Energie atmest du ein und beim Ausatmen breitet sich die Entspannung noch tiefer und tiefer aus. Sehr, sehr gut. Und erlaube dir das zu genießen auf deine Art und Weise. Und mach dir bewusst, du musst keinen besonderen Zustand erreichen, keine besondere Entspannung. Nur jede Entspannung, die da ist, genießen lassen. Ausbreiten lassen. Annehmen. Sehr, sehr gut. Und nun erlaube dir, vor deinem inneren Auge eine Kinoleinwand entstehen zu lassen. Stell dir vor, du sitzt oder liegst in einem Kino und vor dir ist eine Leinwand. Und auf dieser Leinwand wird gleich eine Filmsequenz erscheinen. Eine Filmsequenz von deinem Schutzprogramm, was du dir anschauen möchtest. Und zwar eine Situation, wo du sagst, eigentlich brauche ich in dem Moment mein Schutzprogramm nicht. Es springt zwar an, aber es ist totaler Quatsch. Und lass dich mal überraschen, welche Szene da erscheint und schau dir die Szene von Anfang bis Ende an. Es gibt einen Anfang und ein Ende dieser Szene, wo dein Schutzprogramm startet. Nimm wahr, was du von außen siehst, wenn du dich da siehst in dem Schutzprogramm, in dem Film. Wenn du von außen darauf schaust. Nimm wahr, was du hörst. Erlaube dir, aus dieser Perspektive auf diese Szene zu schauen, auf dich zu schauen und wahrzunehmen, was du wahrnimmst. Sehr, sehr gut. Und nun mach mal Folgendes. Jetzt schaust du dir den Film nochmal von Anfang bis Ende an, machst aber dein Verhalten noch absurder. Du steigerst dein Verhalten ins Extrem, in die Absurdität, sodass es ein sehr unterhaltsamer oder sehr verrückter Film wird, weil dein Verhalten jetzt einfach mal ins Extreme übersteigert wird. Oder auch das Verhalten der anderen Personen, die da gerade vielleicht mitspielen. Schau dir den Film von Anfang bis Ende mal an, so absurd, wie dein Gehirn ihn jetzt kreieren kann. Ab jetzt. Nimm wahr, was sich dabei verändert, während du den Film in so einer Absurdität siehst. In so einer unrealistischen Art und Weise letztlich. Was ist anders in der Art, was du siehst, hörst? Wie sich das anfühlt? Und wenn die Filmsequenz am Ende angekommen ist, machst du Folgendes. Du lässt den Film rückwärts laufen und schaust dir diesen Film jetzt einmal rückwärts an. Es geht los. Ja, in der Absurdität gerne. Und wenn du am Anfang angekommen bist, stoppst du den Film. Sehr gut. Jetzt lässt du den Film nochmal zurücklaufen, aber in schwarz-weiß und in doppelter Geschwindigkeit. Doppelt so schnell in schwarz-weiß ab jetzt. Es kann sein, dass du nicht alles ganz klar siehst, aber nimm einfach mal wahr, was passiert, während du das tust. Und wenn du wieder am Anfang angekommen bist, schaust du den Film gleich nochmal rückwärts, aber in vierfacher Geschwindigkeit und machst noch eine lustige Musik drunter. Achtung, es geht los ab jetzt rückwärts. Vierfache Geschwindigkeit und eine lustige Musik. Keine Ahnung, Zirkusmusik, oder irgendwas anderes Verrücktes, was dir gerade einfällt. Nimm wahr, wie es sich jetzt anfühlt, wenn du den Film schaust. Was verändert sich vom Gefühl, von der Art, wie du den Film siehst, wenn der vierfach so schnell mit lustiger Musik läuft? Sehr gut. Und nun schaust du ihn achtfach so schnell. Gleiche lustige Musik, die spielt noch schneller. Es geht das letzte Mal rückwärts und jetzt in achtfacher Geschwindigkeit mit ganz schneller lustiger Musik drunter. Sehr gut. Und nun fühl dich mal in deinen Sessel, in den Kinosessel nochmal ein. Lass den Vorhang runterfallen vom Kino. Und gleich geht der Vorhang nochmal auf. Und jetzt spielt ein neuer Film. Die gleiche Szene, aber lass dich mal überraschen, was dein Gehirn jetzt anders einbaut, nach dieser Übung. Der Vorhang geht auf. Und jetzt schau dir den Film nochmal an. Die gleiche Situation, aber du verhältst dich anders. Und nimm mal wahr, wie du dich anders verhältst. Wie sich die anderen Menschen vielleicht anders verhalten in dem Moment. Vielleicht ist der Film auch heller geworden oder bunter. Nimm einfach mal deine Veränderungen wahr, die du siehst. Gefällt dir der Film besser? Jetzt machst du folgendes. Jetzt gehst du von deinem Kinosessel mit in den Film. Aber du bist sowas wie so ein Regisseur oder so eine Soufflöse. Du bist mit dabei und bist Gestalter. Du gehst neben dir her ganz nah und gibst Tipps, was du machen kannst. Oder lässt dich überraschen, wie es ist, so anders dein Verhalten zu beobachten. Also geh mal mit in den Film. Stell dich neben dich. Und gestaltet gemeinsam den Film. Erlebe, wie es ist, die Sequenz so anders zu erleben, während du dabei bist einfach nur. Und beobachte dich selbst genau. Deine Mimik, deine Gestik, deine Körperhaltung. Wie klingt deine Stimme? Wie bewertest du die Situation jetzt? Was ist anders? Sehr gut. Und wenn es dir jetzt noch nicht ganz gefällt, dann veränderst du nochmal was. Und wenn es dir aber gefällt, dann gehst du jetzt nochmal an den Anfang des Films. Und anstatt neben dir zu stehen, gehst du mal in dich selbst hinein. Sei mal der Hauptdarsteller dieser Sequenz jetzt. Schau durch deine Augen. Hör mit deinen Ohren. Fühl den Körper, der sich irgendwie anders anfühlt als eben. Riechen schmecken. Sei ganz in der Szene drin. Und nun lass dich diesen Film mal so neu, so verändert erleben. Was ist alles anders? Und wie fühlt sich das an? Nimm mit allen Sinnen wahr, wie es ist, so anders zu sein. Und ob sich das gut anfühlt. Und wenn sich das gut anfühlt, machst du das Gefühl noch besser und besser und besser mit jeder Sekunde dieser Sequenz. Richtig, richtig, richtig gut. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest diese Sequenz so verändert, hundertmal erlebt. So neu, so anders. Ruhiger, vielleicht gelassener, vielleicht entspannter, glücklicher, leichter. Oder wie deine Veränderung ist da? Hundertmal, stell dir vor, du hättest das jetzt einhundertmal so erlebt. Wie wäre das Gefühl dann, so anders zu sein in diesen Momenten, wo du dein Schutzprogramm nicht mehr brauchst? Speicher das Gefühl. Und dann nimm das Gefühl mit und setz dich wieder auf deinen Kinosessel. Schau dir die Sequenz so verändert noch einmal von außen an. Und speicher das so verändert auf deiner Zeitlinie. So verändert in diesen Momenten sein zu können, ab jetzt. Mit allen Sinnen alles anders wahrzunehmen. Dann lass den Vorhang zufallen und nimm dir einen Moment Zeit, wieder da anzukommen, in dem Raum, in dem du gerade bist, mit diesem neuen, veränderten Gefühl. Lass in jeder Zelle alle Veränderungen ankommen, die du gerade wahrgenommen hast, mitgenommen hast, erlebt hast. Von Kopf bis Fuß in jeder Zelle dieses neue Gefühl ankommen lassen. In dir und um dich herum ausbreiten, in dem Raum, in dem du gerade bist. Vielleicht glücklicher, vielleicht freier, vielleicht freundlicher, vielleicht entspannter, ruhiger, kraftvoller. Und dich genießen lassen. Und nimm wahr, wie es sich anfühlt, jetzt an diese Szene zu denken, wo du vorhin noch dein Schutzprogramm genutzt hast und die jetzt so verändert ist. Und dann bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, für dich bei dir hinzusehen, deine Programme anzuschauen und was Neues daraus zu gestalten, dein eigener Gestalter zu werden. Und dann komm mit all diesen Veränderungen hier zurück in den Raum. Schenk dir selber ein Lächeln und der Welt auch. Und du wirst sehen, die Welt lächelt zurück. Herzlich willkommen zurück. Ja, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Und falls du einen Moment hattest, wo dir das zu schnell war, mach die Übung einfach nochmal. Oder wo du gesagt hast, vielleicht, Mensch, da kam ich nicht so rein. Ich kann dir schon mal eins versprechen. Du musst es nicht alles eins zu eins direkt bewusst so umsetzen können. Trotzdem geschieht im Gehirn ganz viel unbewusst. Lass dich einfach mal überraschen und wenn dir die Folge gut getan hat, dann mach es gerne nochmal mit einer anderen Szene, wo du denkst, dass du dein Schutzprogramm da nicht brauchst. Und geh so mal nach und nach so ein paar Schutzprogramm-Muster von dir durch, die du für dich so umschreibst und neu bewertest. Ja, und dann lass dich mal überraschen, was sich verändert. Ich freue mich auf jeden Fall mega von dir zu hören, von dir zu lesen. Wie gesagt, super gerne bei Instagram, wenn du mir da schreibst unter der Folge. Oder in der Nachricht, in der persönlichen. Und wenn du die Folge weiter empfiehlst an Menschen, die ebenfalls davon profitieren. Ich bin mir sicher, du kennst da einige. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone. Tschüss, deine Simone. Untertitelung des ZDF, 2020